Hallo, hier ist euer BGS Michi. Heute habe ich euch zwei Kids aus der Familie der Steckschlüsseleinsätze mitgebracht. Damit könnt ihr ohne viel Mühe über Drähte, Sechskantinnen sowie T-Profil und Vielzahlschrauben problemlos lösen. Durch unsere Spezialprofilierung frisst sich unser Steckschlüsseleinsatz problemlos in jede Schraube. Hier seht ihr nun einen kleinen Auszug aus unserer Produktpalette der Steckschlüsseleinsätze. Und Freunde, plagt euch nicht mit irgendeinem Werkzeug rum, wo ihr nur Ärger mit habt und keine Schrauben lösen könnt. Hiermit löst ihr jede Schraube. Wie geht es?